2024 das jahr der kobe tiger im maßstab 1 zu 28 wir haben die limited edition die 2586 unseren tiger mit schnorchel und wintertan wir haben unseren berühmten afrika tiger die 131 die 2588 die normale version tja freunde und was fehlt hier noch in meiner mitte genau die exekutive edition die 2587 aus juli 2024 ein fahrzeug über das wir auf jeden fall reden müssen willkommen in der notenklötzchen scheune mein name ist block star und ja freunde heute wird es kontrovers denn wir sprechen über die exekutive edition die 2587 unseren panzerkampfwagen 6 in der ausführung e den tiger mit der tournummer 007 des herrn wird man eine person über die wir gleich in fakten sprechen ich lade euch jetzt ein mit mir auf den bautisch dann schauen wir uns die steine die dieses panzerchen ergeben genauer an das set wo aus meinen kommentaren ersichtlich ihr am meisten drauf gewartet habt liegt bei mir auf dem bautisch das kobe 2587 die exekutive edition von kobe natürlich aus der historik collection world war 2 der panzerkampfwagen 6 tg1 in der ausführung im maßstab 1 zu 28 der tiger von herrn wird man mit der tournummer 007 in den farben die uns jetzt in der tiger reihe noch gefehlt haben wir hatten ja den wintertan tiger wir hatten den 131 tiger und jetzt haben wir dieses farbmuster was wir schon kennen vom jagdtiger und vom ferdinand ich finde es gut diese erbsensuppen grün dieses rot und dieses normale grün jetzt hier mit euch klemmen zu dürfen 1207 steinchen und eine mini figur schauen wir uns die rückseite an die berühmten fakten die ich würde sagen schon jetzt ein paar mal bekommenden fakten bekommt ihr sowieso gleich auf den infokarten wir haben ein originalfoto und wie immer bei diesen neueren 1 zu 28 tigerpanzern wir können den turm abnehmen wir können reinschauen und natürlich kommen wir auch an den berühmten motor ich freue mich das alles zu klemmen aber zuerst schauen wir in den karton und dafür muss unser klemmbaustein setchen jetzt einmal sich in die lüfte bewegen ja freunde da haben wir drei bautüten und eine anleitung auf meinem bautisch die bauabschnittstüte 2 die bauabschnittstüte und die bauabschnittstüte 1 voller schöner kobe steine es riecht hier in meinem bauzimmer schön nach plastik der geruch der vorfreude aus klemmen und wir sehen das erbsengrün wir sehen das rot und wir sehen das normale grün und hier schöne räderchen und irgendwo auch die ketten versteckt da ich freue mich jetzt diesen relativ bunten tiger zu klemmen ich packe die steinetypen an die seite und wir gucken uns die anleitung an ich hab's euch gesagt executive edition das heißt ihr könnt dieses fahrzeug ja auch bei euren händler bekommen altes empfehlung ab neun jahren irgendwie habe ich das gefühl kobe würfelt da immer und natürlich haben wir hier keine aufkleber es ist alles gedruckt sowie das set und die anleitung auch in der eu hergestellt wir fangen natürlich an mit der bautüte 1 reißen die auf sortieren uns nach formen farben macht das wie ihr wollt wichtig ist nur ihr arbeitet euch von bauschritt zu bauschritt von bauabschnittstüte zu bauabschnittstüte durch der erste bauschritt ist immer farblich und dann der aktuelle und der hervorgegangene davorige bauschritt ist immer ausgegraut wir haben legenden damit wir wissen welche slopes welche brackets wir brauchen feile weisen uns den weg und wie immer in diesen rechteckchen sehen wir welche steine wir brauchen und es gibt keine anlegehilfe damit wir gar keine noppen zählen müssen fertig sind wir dann beim bau step 222 in dem wir nämlich den herren aus der info zusammenstecken eigentlich hier beziehungsweise das schild ist 222 aber der letzte baustepp ist eigentlich hier die figur zusammenzustecken und fertig ist unser tiger 007 mit dem bau step 221 wenn wir den turm in das chassis gleiten lassen sagen wir es mal so auf den letzten seiten dann die steine übersicht sollte euch also ein stein fehlen könnt ihr gucken wie der heißt und der könnte es dann gleich monieren hier auf der kubi webseite der link ist immer angegeben und dann haben wir etwas werbung zusätzlich euch alle schon gebaut habe und auch hier unseren 131er tiger mit dem zwiebel tan den habe ich sogar gerade erwähnt findet ihr hier oben auf dem i da ist meine kubi playlist wo alle meine gebauten kubi sets zu finden sind aber wir wollen nicht über die vergangenheit sprechen bzw schon jetzt gleich bei den fakten aber aktuell in der gegenwart klemmen wir freunde ich wünsche euch viel spaß beim lauschen der fakten und ich denke mal ihr wünscht mir viel spaß beim klemmen und ich wünsche euch auch natürlich viel spaß beim zuschauen wie ich klemme liebe freunde speed bild zeit ist fakten zeit und freunde heute wird es kontrovers denn wir wagen einen blick auf das leben von michael wittmann einen der berühmtesten umstrittensten und geführten panzerkommandanten der wehrmacht wobei das stimmt nicht ganz dazu kommen wir aber später im zweiten weltkrieg widmann war kommandant dieses tigers mit der turmnummer 007 widmann ist besonders für seine erfolge im einsatz des panzerkampfwagen 6 tiger das sonderkfz 181 bekannt wir werden heute grob die wichtigsten stationen seines lebens und seiner militärischen karriere beleuchten michael widmann wurde am 22 april 1914 in vogeltal einem kleinen dorf in bayern geboren er war das zweite von fünf kindern einer bauernfamilie nach seiner schulzeit arbeitete widmann zunächst in der landwirtschaft und trat dann im jahr 1934 in den reichs arbeitsdienst ein am ersten oktober 1936 trat widmann der schutzstaffel ss bei und wurde mitglied der leibstandarte ss adolf hitler einer elite einheit der waffen ss er durchlief eine gründliche militärische ausbildung und wurde schließlich panzerkommandant widmanns erste kampferfahrungen sammelte er während des polen feldzugs im jahr 1939 und später im westfeldzug gegen frankreich im jahr 1940 seine fähigkeiten als panzerkommandant und seine tapferkeit im einsatz brachten ihm schnell anerkennung ein der höhepunkt von widmanns karriere kam während des krieges an der ostfront ab juni 1941 nahm er an der operation barbarossa teil der invasion der sowjetunion hier zeigte sich sein herausragendes talent im panzerkampf besonders berühmt wurde widmann auch durch seine einsätze in der schlacht von kursk im juli 1943 wo er zahlreiche feindliche panzer ausschaltete widmanns bekannteste einsätze fanden jedoch in der normandie statt am 13 juni 1944 während der schlacht von villas bockage gelang es ihm mit seinem tigert in kurzer zeit 14 britische panzer 15 gepanzerte fahrzeuge und zwei panzer abwehrkanonen zu zerstören diese leistung festigte seinen ruf als einer der besten panzerkommandanten des krieges insgesamt werden widmann mehr als 138 zerstörte panzer und 132 andere gepanzerte fahrzeuge zugeschrieben mit 117 zerstörten panzern fielen die meisten abschüsse in die zeit an der ostfront eine ähnlich hohe abschusszahl wurde auf deutscher seite nur den panzerkommandeuren kurt knispel und otto karius zugeschrieben michael wittmann wurde in der propaganda wegen der ihm zugeschriebenen zerstörung von 138 gegnerischen panzern und 132 panzer abwehrkanonen als einer der erfolgreichsten panzerkommandanten des zweiten weltkrieges verherrlicht der deutsche historiker söhnke neitzel bezeichnet widmann jedoch als den angeblich erfolgreichsten panzerkommandanten des zweiten weltkrieges und konstatiert einen heldenkult um widmann der in kaum einem populären buch über die waffen ss fehle laut neitzel sind erfolgszahlen von hoch dekorierten panzerkommandanten mit einer gewissen vorsicht zu behandeln da es sich im kampfgetümmel kaum zuverlässig ermitteln lasse wer wie viele panzer abgeschossen habe der deutsche militärhistoriker roman töppel schließt sich dieser schlussfolgerung weitgehend an benennt widmann aber als einen panzerkommandanten der aufgrund seines einsatzes bei villers bockage am 13 juni 1944 eine besondere aufmerksamkeit der deutschen propaganda erhalten hatte für seine herausragenden leistungen erhielt widmann zahlreiche auszeichnungen am 14 januar 1944 wurde er mit dem ritterkreuz des eisernen kreuzes ausgezeichnet nur wenige monate später am 30 januar 1944 folgte das eichenlaub zum ritterkreuz am 22 juni 1944 wurde ihm das schwerter zum ritterkreuz mit eichenlaub verliehen diese auszeichnungen machten ihn zu einem der höchst dekorierten soldaten des deutschen reiches michael wittmann fand am 8 august 1944 während der kämpfe um das französische dorf saint aignan de kramenil den tod sein panzer wurde von einer übermacht britischer panzer angegriffen und zerstört widmann und seine besatzung kamen dabei ums leben michael widmanns militärische erfolge und seine rolle in der geschichte sind bis heute umstritten während einige ihn als brillanten taktiker und tapferen soldaten sehen wird seine zugehörigkeit zur waffen ss und seine rolle in den kriegsverbrechen der einheit kritisch und dieses zu recht betrachtet nichtsdestotrotz bleibt widmann eine bedeutende figur in der militärgeschichte des zweiten weltkriegs ja meine freunde man kann kobe vielleicht einiges unterstellen aber wenn wir es mal mit einem wohlwollenden auge betrachten dann ist es vielleicht gerade genau das richtige set um auf diese zeit auf diese persönlichkeit auf diese umstände hinzuweisen und dieses auch kritisch zu betrachten für mich als kobe sammler kam ich deswegen um dieses hat nicht dran vorbei auch weil ich ja hier auf meinem kanal dank kobe mit klember steinen mein lieblings hobby euch versuche geschichte näher zu bringen geschichte erlebbar zu machen und klember steine ist das stichwort freunde euch jetzt viel spaß beim klember stein review des kobe sets 2587 des tiger 007 nach drei stunden bauzeit steht er da unser sonderkraft z181 unser panzerkampfwagen sechs tiger in der ausführung hier der 007 die executive edition von kobe aus der historik collection world war 2 die 2587 mit 1207 steinchen und einer minifigur zum vergleich drei stunden habe ich gebraucht hier haben wir ja noch unsere 2586 die limited edition die 1330 steinchen hatte die habe ich in vier stunden geklemmt da gehört natürlich ein bisschen was dazu ein wegweiser sowie der schnorchel und so weiter egal aber irgendwie bildet sich da irgendwie ein muster denn für unsere 2588 den tiger 131 aus den tank museum in bovington der 1275 steinchen hat habe ich auch vier stunden gebraucht also ich glaube nach drei tigern im maßstab 1 zu 28 habe ich es dann hier geschafft etwas ja wie soll ich sagen meinen bau besser ausgerichtet zu haben beziehungsweise gelernt ich bin da etwas routinierter geworden und wenn es noch einen gibt klemm ich den wahrscheinlich noch schneller weg denn so viel geändert haben sich ja hier die bautechnik nicht natürlich die preise wir haben hier 115 euro knapp wir haben hier 100 euro knapp und dort haben wir 97 euro knapp ich werde euch die ganzen tiger hier nochmal in einem video komplett vorstellen deswegen lassen wir uns mal hier unsere limited edition aus dem weg räumen genau wie unseren afrika panzer den schieben wir auch in die wüste wir wollen ja heute über die 007 sprechen über den tiger von herrn wird man fangen wir mal an mit der anleitung denn ich habe hier wirklich gar nichts zu meckern vielleicht auch wie gesagt dass ich etwas routine jetzt schon habe im tiger im maßstab 1 zu 28 bauen ich habe jetzt wirklich nichts zu meckern das einzige ist vielleicht wo man ein bisschen drüber ja nicht meckern kann aber es gibt eine sache die gefällt mir bei diesem tiger überhaupt nicht so gut das sind hier diese kettenglieder am turm die watscheln ein bisschen rum wie so ohr watscheln wie man in bayern sagen würde von so einem dackel zeige ich euch aber gleich sonst ganz solide anleitung von kobe ich habe euch ja gesagt 1207 steinchen da fällt die anleitung und wir haben davon ein paar hier auch über das ist ganz cool wir haben hier artillerie munition beziehungsweise für die kanone für die 88 wir haben hier ein kettenglied wir haben einen bügel perlen auf bügeler oder einen bügel perle applikator wie auch immer ihr das nennen wollt wir haben ein paar kettenglieder wir haben ein paar haken hier in mehreren farben das finde ich ganz gut und wir haben bolzen sowie hier auch noch mal einen schalthebel bzw antenne oder maschinengewehr schafft wie auch immer ihr das nennen wollt also ein paar steinchen haben wir über finde ich finde ich klasse was ich bei diesem fahrzeug nicht so klasse finde ist natürlich eigentlich das typen schildchen was klasse ist aber schaut euch mal an ich finde es sieht ziemlich zerkratzt aus dafür dass wir hier 100 euro haben ihr seht das hier vielleicht da sind kratzer und sonst ja weiß ich nicht das ist irgendwie ein bisschen blöd das hätte ich mir ein bisschen besser gewünscht auf jeden fall ohne kratzer da ist einer das finde ich ein bisschen schade ich zeige euch auch den motor einmal vorab denn wir werden ihn nachher mal einbauen den motor kennt ihr so schon von den anderen tiger modellen schön aber hier die bedruckung und auch hier der druck sowie das metallic hier oben beziehungsweise diese zweimal vier plate mit den hier luftfiltern wahrscheinlich richtig schöner motor aber ich habe jetzt mittlerweile so viele motoren gebaut ich könnte eine ganze maibach motorenwerkstatt fabrik bauen das habe ich euch schon mal erzählt ist aber war ja freunde dann lasst uns mal über den elefanten in raum sprechen lasst uns mal über herrn widmann sprechen und wir können davon ausgehen dass wir herrn widmann hier auch wirklich haben denn man kann es nicht gut erkennen gerade auch jetzt hier mit der kamera die versuchte scharf zu stellen hier diese ja drei man kann sich richtig gut erkennen drei kreischen hier am kragen das zeigt nun mal den rang eines ja schutzstaffel hauptsturmführers und auch hier dieses soll rot umrandet sein und weiß und dann auch ich glaube mit sternchen sind es also es ist hier wirklich den herrn widmann den wir haben beziehungsweise hat kobe ist natürlich suggeriert gemacht deswegen ja auch die 007 auf dem turm ob man das braucht weiß ich nicht ich persönlich finde es nicht gut aber auch hauptsächlich darum dass kobe eigentlich gesagt hat sie wollen es nicht mehr machen siehe ich glaube dass z2408 war ist wo es anfing mit figuren die man nicht mehr in sets packen wollte die historisch etwas wie soll ich sagen ein geschmäckle haben um es mal neutral auszudrücken und neutrale auszudrücken und jetzt hat kobe hier ein ganzes panzerfahrzeug mit der figur ausgegeben sonst ist die figur cool weil wir haben viele drucke wir haben diese erbsen tan sprengeltan hose die finde ich ganz gut wir haben hier eine bedruckte braune tasche auf der uniform wir haben die voruniform vorne bedruckt hier oben halt das ganze klimmen wir haben die feltenmütze hier oben bedruckt und wir haben die rückseite der hose und auch der minifigur hier bedruckt also die jacke und das ist schon ziemlich cool sonst das gesicht ziemlich neutral und eine luga muss natürlich auch dabei sein sowie kleine schwarze schüchern ja das war die figur die geht an die seite wie gesagt jetzt meiner meinung nach nicht gebraucht auch die turm nummer nicht ich glaube vom tarn her ist es einfach ein fahrzeug was wir kubi enthusiasten und vielleicht tiger fans oder wie auch immer und sowieso gekauft hätten da ist jetzt die nummer nicht unbedingt wichtig zur nummer das fahrzeug ist 1944 nach der landung in nommer die so bereit gewesen als fahrzeug der schweren schutzstaffel panzer abteilung 101 befehligt halt von den herren der als minifigur da hinten liegt sprechen wir jetzt über das fahrzeug ich habe gesagt drei stunden habe ich gebraucht es ist ein fahrzeug in der lackierung 44 frankreich und es ist natürlich ein tiger und der abschluss der tiger reihe hier erstmal hoffe ich doch dieses jahr im maßstab 1 zu 28 es gibt hier eine schwachstelle die hat aber jeder tiger der so gebaut ist nämlich hier die seiten verkleidung die wir ja hier in drei bric modified stecken und da darf man nicht anfassen am besten immer fast den von hinten am hintern wenn ihr ihn hochheben wollt und dann kann man ihn sich anschauen schön wieder das laufwerk wenn ich wieder sage freunde schaut einfach hier oben auf dem i da ist die kubi playlist wo ich alle meine kubi videos rein packe und da findet ihr auch die videos vom der 1 3 1er version der 2588 und natürlich unserer 2586 der limited edition die ich euch gerade gezeigt habe schön farbig das laufwerk das gefällt mir auch vor allem hier dieses grün und oliv auf dem rad wir haben schöne drucke balkenkreuz dann die turmnummer wie ich schon gesagt habe wir haben hier den gefechtsscheinwerfer wir haben die luken hier bedruckt und auch am turm haben wir bedruckungen dann wieder hier also an der turm vorderseite dann wieder hier die 007 wir haben hier so ein werkzeug körperchen drauf genobbt und bedruckt und da seht ihr schon was ich bisher blöd finde dieses türmchen wenn man es ein bisschen bewegt da labern gleich die ketten nach vorne denn sie hängen ja hier nur ich zeige es euch auf so ein bric modified und die ketten sind der zwei und wenn man diese drauf drückt dann klappt das halt leicht nach vorne ihr habt jetzt gerade gesehen also wie so ein bisschen aus wie ein dackel die die ohren finde ich irgendwie keine ahnung ja dann haben wir hinten auch noch drucke das wollte ich euch zeigen um da zum abschluss zu kommen was der drücke angeht hier wieder diesen deckel da zum ankurbeln und wir haben dann da wieder das kleine kreuz so wie ich hier die auswurf luke für die munition mit also für die munitions zu führung schön auch wieder natürlich hier diese abgasanlage schön auch wieder hier der metallic abs und ja hat mir gefällt einfach die detailverliebtheit jetzt bei diesen fahrzeugen ach da oben haben wir natürlich auch noch das okular hier was auch blau bedruckt ist das dürfen wir nicht vergessen ja also wie gesagt ich werde euch noch mal ein komplettes video machen zu allen dieser tiger version im marsch ab 128 und ich werde euch auch dann noch mal ein paar ältere tiger von kobe mit in das video packen denn ich habe noch einige die ihr noch gar nicht gesehen habt packen wir mal das fahrzeug kurz auf den boden schauen uns natürlich den turm an wir haben ja hier wieder das innenleben des turms was schön ist was hier nur im vergleich in anderen fahrzeugen von der klemmkraft diese plate hier die hält nicht ganz so gut ich muss das drei vier mal nachbauen weil ich immer wenn ich dran gefasst habe es mir lose gegangen ist das rohr lässt sich gut bewegen und ich habe für die getreuen zuschauer meines videos oder meines kanals hat man ich habe die minus bremse sogar richtig gemacht wir habe nicht hier luken die wir aufmachen können da können wir auch figuren reinstellen das passt weil wir haben hier noppen wo die figuren drauf machen können und ihr seht wenn man den turm bewegt hier die ketten die schlackern aber ich glaube das ist ganz normal und hinten haben wir auch die 007 noch als druck der turm kann sich leider durch diese ketten wieder nicht ganz so gut drehen da er ab und zu anschlägt ihr seht das jetzt hier unten ich habe euch gezeigt durch dieses schlackern an die enden dieser gummischläuche die diese kabel darstellen sollen und ja das seht ihr da so passiert das ist jetzt nicht weiter schlimm weil ich glaube kaum einer wird großartig mit diesem fahrzeug spielen dafür sind sie zu teuer und b sind es ja eher wirklich ja ausstellungsstücke funktion machen wir mal weiter bei der wanne und den innenraum erstmal uns anschauen natürlich wir haben hier die batterien als drucke finde ich ganz cool wir haben hier wieder munition sechs stück pro seite wir haben hier so eine art feuerlöscher wir haben die antriebswelle finde ich richtig cool und auch da geht dann der antrieb zum turm eigentlich hoch und wir haben hier luken wo wir auch wahrscheinlich figuren reinpacken könnten aber das ist immer das thema mit dem turm die geschichte dann von vorne die ketten glieder der sparten und die schaufel das mg und wie gesagt dieser gefechtsscheinwerfer und vor allen dingen auch hier drucke jetzt bin ich gegen meine kamera gekommen aber es ist einfach wuchtig was wir hier einen coolen drucken haben und das fällt gar nicht auf also wir haben hier fast fast farbechtheit haben wir bei kubi auch schon anders gesehen einmal von unten euch zeigen wie wir gebaut haben nämlich wieder so quer liegend diese bau technik die wir schon bei den 1 und 35er fahrzeugen hatten die wir jetzt öfter haben bei kubi die macht einfach spaß und ich finde es immer wieder krass wie man hier mit diesen halben stein auf der länge dann wieder einen halben stein da viele halbe steine und es passt dann also das kriegt kubi richtig richtig gut hin was kubi auch gut hinkriegt sind diese details wie zum beispiel die motorraum klappe die wir so nach vorne klappen können und da gehört der motor eigentlich rein auf diese jumper plate um diese klappe aber abzunehmen bzw abnehmen zu können und den motor rein zu bauen müssen wir ein bisschen diese kabellage abnehmen ich stelle es mir dafür hin wir müssen nämlich hier wirklich diese ganzen kabel wie gesagt die sollen es sind schläuche und so ein kabel darstellen so wäre es richtig die müssen wir ab machen damit wir dann diese ganze motor klappe ab machen können da seht ihr sie der könnte sie rausnehmen und dann haben wir hier noch mehr vom motor zu sehen nämlich hier die kühler richtig cool auch hier mit diesen metallik steinen und hier noch ein teil des motors oder bis man so wieder mutter drankommt wahrscheinlich das getriebe und dann könnten wir den motor da haben wir die öffnungen hier rein buxieren so und können dann ihr seht vielleicht den auf die jumper plate drücken das klappt mal mehr mal weniger ganz gut will hier immer so ein bisschen also probleme die schläuche eigentlich er will immer so ein bisschen weg so man muss halt ein bisschen ja wie soll man sagen man muss ein bisschen gucken dass man hier gut rein kommt auch vor allen dingen weil hier vorne noch dieses getriebe thema ist man kann aber auch es sich ganz einfach machen und einfach hier alles auseinander nehmen das geht auch wir haben welche plates eine schwachstelle zeige ich euch dabei auch noch mal übrigens das habe ich glaube ich noch bei keinem video richtig gezeigt das ist nämlich hier diese verriegelung die nämlich mal jetzt hier hoch weil ich euch auseinander bauen will um den motor einzubauen den ihr aber gleich seht da diese verriegelung hier sehen wir achs aufnahmen eigentlich und da kommt dieser hinge mit diesen stein dran und er soll dahinter geschoben werden damit wir die schräge bekommen und es nicht ab sich löst aber meistens wenn man es anfasst es ist sehr auf spannung dann drückt das hier raus und der stein hier oder diese drei steine zusammengebaut fallen dann runter so jetzt gucken wir noch mal was in dem motor besser rein kriegen das können wir ein bisschen besser rumfummeln sind eh wieder ein längeres video aber das ist egal denn es ist ja quasi der erste abschluss der tiger reihe hier bei mir es kommen natürlich noch tiger und es kommt noch ein sehr sehr berühmter tiger so jetzt haben wir es drinnen da seht ihr es so schaut es aus und das seht ihr was ich meine man macht nämlich hier diesen stein diese drei steine zusammengebaut hier dran an diese hübsen fest mir runter an diese hinge konstruktion so live on tape ich will nicht schön liegen so und da haken wir jetzt gleich hier diese haken ein da muss man gut aufpassen das drückt sich ganz oft raus hier so geht es so zack zack hier hält es super jetzt aber man darf halt hier nicht so gegen kommen dann fällt es gleich ab oder fällt euch der stein hier runter bei den anderen tiger panzern die ich euch vorgestellt habe hier die 2588 oder die 2587 quatsch die 2588 die 2587 baue ich ja gerade da ist das etwas ja öfter der fall gewesen dass mir die runtergefallen ist so jetzt hier wie die abgasanlage dran bauen die gefällt mir einfach richtig gut das ist so quasi irgendwie auch die kernmarke eines tiger panzers hinten diese zwei tubes und dann ist jetzt einfach mal so salopp ich habe genug literatur eigentlich über diese fahrzeuge und müsste genau wissen wie es heißt aber hey dafür habe ich auch ein bisschen euch ich sag's ja immer dass ich so ein bisschen diesen kanal oder dieses ergänzen der fakten ja auch immer als bilaterale arbeit sehe das heißt ich liefere euch fakten und wenn ich etwas nicht ganz richtig mache oder und ich formuliere oder ich etwas vielleicht nicht erwähnt habe ihr es aber wisst ihr mich da gerne verbessern beziehungsweise diese fakten in den kommentaren erweitern dürft ja freunde das war es jetzt eigentlich alles klemmer stein technisch hier zu unseren widmen tiger fast 18 minuten jetzt reiner review dieses sets plus die ganzen fakten und das lustige ist ihr bekommt jetzt ja noch einmal ein paar detailbilder damit ihr noch mal all das was ich gerade besprochen habe euch genauer anschauen könnte freunde ich wünsche euch viel spaß dabei ja freunde wie versprochen detailbilder damit er selber noch einmal euch ein eindruck verschaffen könnt von dem fahrzeug was ich euch hier review die kobe version des tigers hier von herrn wird man gefahren die set nummer 2587 ich habe es erwähnt und ich werde es gleich noch mal erwähnen es kommt noch ein extra video zur thematik dieser tiger versionen in denen wir das alles noch einmal beleuchten und auch schon wie gerade erwähnt werde ich euch hier ein paar ältere tiger sets auch noch zeigen wenn ihr detailbilder oder generell die reviews zu den anderen beiden tiger aus 2024 im marsch ab 1 28 sehen wollt dann schaut doch bitte gerne unter dem menüpunkt playlist wenn ihr auf dem fernseher oder auf dem handy guckt oder ihr fahrt mit der maus einfach mal rechts bei dem video in die ecke da kommt ihr auch zu meiner kobe playlist da findet ihr all diese videos bzw auch noch alle anderen und wenn ihr eh schon dabei seid so ein bisserl hier durch meine videos und mein kanal zu hauern dann schaut doch bitte gerne in der video beschreibung unten vorbei da findet ihr noch mal alle infos zum setz ich werde euch auch noch mal ein paar quellen verlinke zum beispiel meinen lieben kumpel den sascha von barkhaft der auch noch ein paar fakten hat die könnt ihr euch anhören und natürlich gibt es dort auch wieder eine quelle zu meinen lieblings kobe shop mit einem affiliate link wo ihr mich sogar unterstützen würdet und ihr bekommt dort sogar 15 prozent rabatt mit den rabatt code blogs da schaut dort gerne mal bitte vorbei damit könntet ihr meine arbeit hier mein hobby unterstützen oder ihr macht es noch besser ihr wollt noch enger mit den blogs da connecten dann kommt ihr auf dem discord findet ihr auch unten in der video beschreibung sowie alle meine social media links oder noch besser on top werdet ihr einfach kanalmitglied dann habt ihr immer mindestens ein video schon vorab in der vorschau aber generell an alle zuschauer vielen lieben dank dass ihr hier zuschaut dass euch die fakten gefallen und ich überlege ganz hart vielleicht noch mal eine art extra playlist zu machen eine zusammenstellung irgendwo damit ihr euch die fakten auch mal genauer anschauen könnt bei welchem video welcher fakt mal kam wenn er gezielt vielleicht die fakten hören wollt schreibt mir dazu eure meinung bitte gerne mal unten in die kommentare und zum abschluss bevor wir uns noch mal in die augen schauen ein ganz ganz liebes dankeschön noch einmal dass ihr das projekt hier unterstützt viel lieben dank tja freunde dass das video schneller zu ende als das kobe sich daran erinnern kann dass sie mal gesagt haben dass sie keine kritischen figuren mehr aus der historie auf den markt bringen wollen ja freunde ein set das in meiner sammlung nicht fehlen darf es wird ein extra video geben wo ich euch alle drei tiger im marsch ab 128 und vielleicht auch noch ein paar ältere kobe tiger mal gegenüber stelle das schneide ich gleich hier nachdem ich mit diesem video fertig bin dann können wir die einzelnen version die normale die executive und die limited edition mal vergleichen im intro habt ihr ja schon ein bisschen was dazu gesehen ich darf natürlich als sammler dieses set hier mir nicht durch die lappen gehen lassen alleine weil ich die thematik mit dieser nummer auf dem turm die ich nicht gebraucht hätte euch erzählen muss das irgendwie mein anspruch wenn ich hier über klemmor steine und über historie spreche trotzdem ist dieses fahrzeug von der tarnung her von der farbe her vielleicht der wenn man das so sagen kann hübscheste panzer unter diesen drei tiger panzer aber das liegt ja auch immer im auge des betrachters und bis jetzt war das immer auch irgendwie eine steigerung von kobe mir gefallen sie alle denn ganz ehrlich wenn es mir alles zu viel gewesen wäre hätte ich auch nicht alle drei gekauft um sie euch vorzustellen jetzt seid ihr an der reihe ich würde mich freuen wenn ihr mir einen kommentar schreiben würde zum video zum set wenn ihr mir ein leichter lassen würde und natürlich wenn ihr kostenlos meinen kanal abonnieren würde ich würde mich freuen und gerne dürft ihr auch mundpropaganda das gibt es auch heutzutage noch in den zeiten unserer digitalen welt anderen leuten von meinem kleinen kanal hier erzählen ich würde mich freuen also freunde kommentieren liken und hat eine schöne zeit wie immer bei einem panzer der ja auch nur ein auto ist wünsche ich euch eine gute fahrt auf wieder bauen euer freund der blockster